Ich möchte mich bei der geleisteten Arbeit bei Präsidenten Hugo Rossi, seinem Team, dem VWZ-Büro und natürlich auch bei Kollegen Platter bedanken für die Zusammenarbeit im letzten Jahr, gerade auch in schwierigen Fragen. Es ist ja gewundert worden, dass die Regio an der Frage der Brennergrenze möglicherweise jetzt scheitern könnte. Es hat sich das Gegenteil herausgestellt, ich bin überzeugend davon, der Regio ist aus dem letzten Jahr gestärkt hervorgegangen, da es uns gelungen ist, aufzuzeigen, dass wir in all den schwierigen Fragen zusammenstehen und gemeinsam im Dialog und in der Zusammenarbeit auch Lösungen und Lösungsvorstelle erarbeiten können. Und wie es schon betont worden ist, dieses gemeinsame Auftreten hat sicher dazu beigetragen, dass es eben zu dieser verstärkten und verbesserten Zusammenarbeit zwischen Österreich und Italien in der Frage der Migration der Flüchtlingsbewegungen kommt, dass dementsprechend jetzt die Lage an Brennerraum ruhig ist. Es gilt natürlich, das Aufmerksamkeit zu verfolgen und entsprechend auch gemeinsam weiterhin aufzuzeigen, falls richtig aufzubeten und gemeinsame Positionen zu beziehen. In der Frage der Alemannia ist es ganz genauso. Ich denke, dass es hier diesen Versuch, wo es gegeben hat, hängt durchaus auch mit der innenpolitischen Fragen in Italien zusammen, aber trotzdem, hier gilt es, wachsam zu sein und ganz klar darauf zu sein, dass wir eine andere Vision einer zukunftsträchtigen Verkehrspolitik im Alpen auch haben. Wir haben dies auf Ebene der Matoregion Alpen, wir sind ja als Europaregion wieder in der Arbeitsgruppe, die sich mit dem Verkehrsdemokraten befasst. Wir haben das aber auch im Besonderen als Europaregion. Es ist nämlich unsere Position jene, dass wir den Verkehr insbesondere von der Straße wegbringen wollen auf die Schiene und dass wir natürlich keine zusätzliche Alpen, wenn wir während der Straßen haben wollen. Das würde auch, wie bereits gesagt worden ist, in krassem Überspruch und die krasse Verwendung der Alpenoperation sein. Aus diesem Grunde eine klare und deutliche gemeinsame Position, nämlich eben eine Ablehnung eines solchen Vorhabens, das wir auch vehement auf allen Ebenen vertreten werden. Sie lassen mich noch ein letztes hinzufügen. Das ist auch ein weiteres Projekt, das wir schon seit einer gewissen Zeit, als wir arbeiten, der Universität Kulturgalender. Auch dieser nimmt jetzt Warte auf. Der wird natürlich Schritt für Schritt dann auch noch nicht weiter und nicht gefährden. Auch jetzt ist es möglich, dass man ihn auch als Veranstalter sich einträgt. Es gibt auch schon die Schnittstellen, wo das automatisch erfolgt. Das ist auch ein wichtiges gemeinsames Projekt, dieser Universität Kulturgalender, dass die Kulturkonsumenten, um es so zu nennen, dann jederzeit in der Europäischen Union verabschieden, was in der ganzen Europäischen Union stattfindet. Ich denke, wir können mit diesem Projekt mit Führung und Recht sagen, dass wir einmal die Europäischen Union spürbar machen, für die Bürger und die Bürger. Zum anderen, dass wir auch zeigen, dass die Europäischen Union auch eine politische Relevanz hat. Das ist gerade bei den letzten genannten Fragen, Migration, Verkehrspolitik relevant. Und ich bin überzeugt, dass wir das in den nächsten Jahren noch stärker aufsteigen werden können. Die Europäischen Union nimmt mit jedem Jahr mehr Anfahrt auf und wird stärker wichtiger und wichtiger und bedeutender für unsere Welt.